Great Houses of Calderia ist ein neues Indie-Spiel, das gerade eben in den Early Access gegangen ist. Und ja, es erinnert mich von seiner Spielmechanik ja sehr, sehr stark an Crusader Kings 3, das allerdings sehr, sehr viel zu tun hatte mit Civilization oder mit dem Pop-Verwaltungssystem von Stellaris. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, wenn wir reingehen. Ich werde euch alles ingame erklären und nicht hier draußen. Wir machen hier einen Schnelldurchlauf, Leute, denn ich möchte hier ein Angespielt machen, dass es über mehrere Folgen gehen wird und das hier ist die erste davon, denn das Spiel ist wirklich auf den ersten Blick enorm komplex und wie ihr sehen könnt, leider momentan nur in Englisch. Ich werde also versuchen, euch die Sachen auf Deutsch zu übersetzen. Ich werde das also so machen, ich werde mir das erstmal im Englischen selber durchlesen, da pausiere ich das Video und dann nehme ich die Pause raus und erkläre euch grob, was im Deutschen da dran steht. Wir legen los, New Game. Und ihr seht schon, auch hier der Ladebildschirm ist inspiriert von Crusader Kings, würde ich mal behaupten. So, das hier ist jetzt die Vorgeschichte, die kann ich euch jetzt schon ganz, ganz grob zusammenfassen, die habe ich nämlich schon mal gelesen. Das hier ist Calderia, der Kontinent. Der war ursprünglich ein Paradies und die Herrscher, die dort gelebt haben, sind allerdings gierig geworden und haben es irgendwie zugrunde gerichtet. Wie genau, wissen wir nicht, das wurde vergessen. Auf jeden Fall wurde Calderia daraufhin verlassen und als ein neuer Kaiser, ein neuer Imperator, auf den Thron kam und er von diesem neuen Kontinent oder diesem alten Kontinent gehört hat, hat er seine Gefolgsleute, also die großen Häuser, dazu aufgefordert, den Kontinent zu rekolonisieren und hat ihnen damit letztendlich auch das Land versprochen. Allerdings hat das dazu geführt, dass es jetzt schon zu den ersten Anzeichen gekommen ist, dass dieses alte Übel, was auch immer das damals gewesen ist, wieder aufkeimt. So, wir können jetzt hier direkt am Anfang schon mal ein Haus gründen. Da können wir selber einen Namen eingeben. Wir sind das Haus Mörpenstein. Und hier gibt es jetzt Traditionen. Traditionen sind eine wichtige Spielmechanik in-game. Erinnert so ein bisschen an die Dynastie-Punkte aus Crusader Kings, funktioniert aber ein bisschen anders. Ich erkläre euch das in-game, weil man es am besten sehen kann. Es gibt Peacemaker, Idealisten, Krieger, Isolationisten, Ränkespieler und Gelehrte und die haben unterschiedliche Vorteile. Ich entscheide mich jetzt hier für die Idealisten, denn das erhöht die Zufriedenheit unserer Bevölkerung, was im Grunde durch die Hintertür so eine Art Erhöhung des Bevölkerungswachstums ist, wenn wir alles richtig machen. Obwohl eigentlich die Peacemaker hier diejenigen sind, die viel Bevölkerungswachstum machen. Krieger sind natürlich besonders gut im Kämpfen. Die Isolationisten haben ein höheres Sicherheitslevel und sind sicherer gegen Spione. Und die Sokolaren sind billiger, was bei Gebäude-Upgrades, denn wir können auch Gebäude bauen. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Charakter zu wählen. Einen von vier Stück, den das Spiel jetzt für uns zufällig generiert hat. Wir können aber auch tatsächlich re-rollen. Ich gehe jetzt erstmal noch nicht auf die Traits, sondern auf die Eigenschaften ein. Das machen wir alles in-game. Ich gucke jetzt hier gerade eben mal ganz, ganz kurz mal bei den Re-Rolls, ob da irgendwo ein Charakter dabei ist, der mir jetzt hier besonders zusagt. Der Isaya sieht jetzt hier momentan gerade eben ganz gut aus. Das ist nämlich wichtig, denn der hat hier weitgehend überdurchschnittliche Werte. Alle Werte über zwölf sind überdurchschnittlich. Also, Isaya wird es wohl werden. Der ist ein guter Diplomat. Der ist ein guter Ränkespieler. Und er ist auch ein guter Militarist. Er ist ein durchschnittlicher Typ für die Wirtschaft. Okay, er ist männlich, 44. Und er ist bereits verheiratet mit der Adela Mörpenstein. Das heißt, da müssen wir uns darum schon mal nicht mehr kümmern. Der soll es sein. Los geht's. Dann können wir noch unser Wappen hier generieren. Dann, da können wir die diversesten Dinge tun. Ich entscheide mich hier für diesen Gaul. Warum, werden wir gleich sehen. Da habe ich nämlich was entdeckt, was ich ganz witzig finde. So, das sieht nämlich jetzt so aus, als ob der Gaul hier rausgucken würde. Entschuldigung, ich finde es einfach nur lustig. Also, wir machen weiter. Und jetzt kommen wir zum Bereich unseres Ursprungs. Das ist im Grunde sozusagen die geografische Gegend, von der wir her starten. Das Spiel ist nämlich eingeteilt in unterschiedliche geografische Gebiete. Es gibt also einmal die Flachlande, wo man besonders gut Nahrung und Bevölkerung erweitern kann. Es gibt die Hügel, da gibt es besonders gut Weinanbau und auch Viehzucht. Dann gibt es die Gebirge, da kommen wir am leichtesten an Baumaterialien und Metallerze ran. Und in der Steppe kann man besonders gut Pferde züchten und Gold. Ich entscheide mich für die Flatlands, einfach für den Anfang. Und dann haben wir jetzt hier verschiedene Flatlands-Gebiete jetzt hier zur Auswahl. Also, wir hätten woanders jetzt hier andere Gebiete genommen, hätten wir uns zum Beispiel, keine Ahnung, für die Gebirge oder für die Steppe entschieden. Und jetzt können wir also durchschalten und die unterschiedlichen Gebiete, wie zum Beispiel Alverka oder Galdas oder Lunresa uns hier anschauen. Und ich werde mich jetzt hier für Lunresa entscheiden, weil es hat einen leichten Start, da können wir auch wunderbar damit anfangen. Ich habe auch erst drei Stunden in dem Spiel, ich werde es hier nicht anfangen, sehr, sehr schwierig zu spielen. Wir können das Ganze jetzt hier auch umbenennen, das muss nicht Lunresa bleiben. Wir nennen das jetzt einfach, keine Ahnung, Mörblingen, schwäbisches Gebiet. Wir haben hier einen Bonus auf den Anbau von Getreide und auch von ein bisschen Weinreben. Auch Materialien haben wir hier einen Bonus und sogar Metallohr, also Erze. Und wir haben von Anfang an schon neun Arbeitskräfte, das ist wichtig, weil die müssen die ganze Arbeit machen. Und schon zwölf vorgefertigte Gebäude. Das ist in jedem Gebiet anders, also das müsst ihr euch im Zweifelsfall im Detail genau angucken. Wir starten. Wir brauchen kein Tutorial und sind jetzt schon drin. Hier oben haben wir unsere Ressourcen. Das hier sind unsere zur Verfügung stehenden Charaktere. Das hier sind unsere Objectives und Notifications und Messages, also alles, was wir halt quasi wissen müssen, was das Spiel uns sagt. Und hier unten haben wir dann hier die Spielgeschwindigkeit. Hier die anderen Menüs, wie zum Beispiel jetzt hier, wo es um den Krieg geht, ob wir im Krieg sind oder halt auch nicht. Hier Feudalismus, also wer letztendlich ist, wessen Lehnsherr und so weiter und so fort ist. Das hier ist zum Beispiel jetzt hier unser Overlord. Hier die Countess. Wir sind ein Baron, also wir haben eine Gräfin über uns hier, die unsere Herrscherin ist. Hier können wir dann hier die Beziehungen sehen, wer uns mag und wer uns nicht so sehr mag. Ja, und das ist einfach der Default-Modus. Hier gibt es dann natürlich auch noch Spione, wer wo wie Spione hat. Und last but not least, welche Ressourcen es gibt, können wir natürlich auch noch anklicken. Dann haben wir hier die Siegesbedingungen. Das ist quasi hier sozusagen mehr oder weniger unser Quest-Log. Wir haben natürlich angefangen. Dann gibt es jetzt hier das anfängliche Wachstum. Wir sollen jetzt also einen Overseer assignen, also jemand, der für uns quasi die Arbeit irgendwo überwacht. Dann sollen wir bei einem anderen Herrscher einen offiziellen Besuch abstatten. Und wir sollen ein Gebäude konstruieren. Dann haben wir diese Quest hier schon mal abgeschlossen. Und dann arbeiten wir uns quasi durch die anderen so Stück für Stück für Stück. Das ist auch relativ praktisch. Da wird man nämlich so ein bisschen durchs Spiel geführt, wenn man neu ist. Finde ich ganz gut. Gut, dann gibt es hier noch die Traditionen. Das ist das, was ich gerade eben schon mal am Anfang gezeigt habe. Wir sind jetzt ja dieser Idealist. Wir können das aber theoretisch jederzeit ändern. Es gibt nämlich zwei Arten, wie wir uns jetzt hier leveln. Also diese Traditionen, wie ihr sehen könnt, diese können sehr, sehr verzweigt sein und bringen uns dadurch jetzt hier quasi neue Möglichkeiten. Hier zum Beispiel in dem Fall, dass noch mehr Happiness generiert wird. Happiness erkläre ich auch gleich noch. Oder wenn wir sagen quasi, okay, wir waren jetzt genug idealistisch. Jetzt geht es zum Krieg. Dann wollen wir Krieger werden. Dann kann ich zum Beispiel jetzt einfach hier meinen Fokus dorthin ändern. Und dann generieren wir mehr Punkte für Warrior. Wie das gleich gehen wird, erkläre ich noch. Denn wir werden durch Entscheidungen, die wir treffen im Spiel, werden wir Punkte generieren. Manche dieser Punkte sind fest einer Art von Tradition zugeordnet. Andere sind generische Punkte und fließen dann automatisch in den Bereich rein, den wir jetzt ausgewählt haben. In diesem Fall jetzt hier Idealistentum. Dann haben wir noch als Letztes hier noch die Ranks of Calderia. The few of honorary Ranks of Calderia providing special powers and bonuses for their holders. Das wird für uns jetzt am Anfang momentan noch nicht wirklich wichtig sein. Ihr seht, das sind so, ja, also im Grunde Ränge. Ich würde es jetzt mal auf den ersten Blick so vergleichen mit dem Rat eines entsprechenden Herrschers. Das spielt jetzt aber für uns am Anfang jetzt erstmal keine Rolle. Denn ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, was das hier letzten Endes genau alles so mit sich bringt. Warte mal, wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Ah, einfach rausklicken, alles klar, gut. Gut, und dann haben wir jetzt hier natürlich noch hier unsere Baronie selber. Die können wir uns hier anschauen. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo ich gemeint habe, das sieht für mich jetzt so ein bisschen aus wie Ziffer oder Stellaris. Denn das hier sind unsere Gebäude. Wir haben einen Kieb, wir haben unsere Farmen, wir haben unsere Weingärten, unsere Mason, also quasi unsere Werkstätten, unsere Herden, also unsere Viehweiden, wenn ihr so wollt, und unsere Freeholders. Das sind spezielle Herden, die kümmern sich hier um unsere Pferde. Und daher werden wir schon relativ viel Nahrung hier gerade eben produzieren, können wir theoretisch hergehen und einen davon jetzt hier rausnehmen. Das seht ihr, das macht weniger Nahrung, aber wir produzieren jetzt dafür jetzt auch ein bisschen Werkzeuge. Denn Werkzeuge sind wichtig, Werkzeuge brauchen wir, um irgendetwas zu produzieren. Das ist jetzt sozusagen der Baugrund, da können wir hergehen und Sachen bauen. So, jetzt muss ich gerade eben nochmal rausgehen, irgendetwas ist hier gerade eben komisch gesoomt. Ich glaube, jetzt ist es besser gesoomt. Ne, ich weiß nicht, warum das so komisch ist, das war vorhin noch nicht. Egal. Hauptsache, wir können trotzdem noch sehen, was hier zu sehen sein soll, Freunde. Wie gesagt, das Spiel ist gerade eben erst in den Early Access gegangen, es kann sein, dass noch Bugs auftreten und so weiter und so fort. Ja, also wir haben von Anfang an schon ein paar Gebäude. Diese Gebäude schalten uns mehrere Sachen frei, das können wir immer hier so mouse over hier oben kontrollieren. Das hier ist ein Gebäude, das erhöht zum Beispiel die maximale Population, die wir fassen können. Das ist das, was wir hier oben sehen, ne. Also maximal können wir gerade eben elf Pops haben, wir haben bereits neun. Das Problem ist, wir haben gerade eben ein negatives Wachstum, das heißt, die Leute werden uns wegrennen. Warum? Weil sie schlechte Laune haben, also die sind nicht glücklich. Das können wir jetzt auch hier sehen, die Farmer sind nicht glücklich. Wie erhöhen wir also diese Glücklichkeit? Wir müssen Charaktere einstellen, die besonders gut darin sind, die Leute zu motivieren. Das sind dann Leute mit einem hohen Wert in Diplomatie. Ihr seht es jetzt schon, das ist schon mal in dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Aber auch die anderen Aufgaben sind hier wichtig, denn ihr seht, es gibt hier Attribute, die sind hier auch nochmal zu sehen. Da geht es darum, also wie effizient wir quasi wirtschaften und wie effizient wir die Leute organisieren bei der Produktion. Da ist zum Beispiel dann auch der Militärskill tatsächlich wichtig. Also das hier ist quasi so das theoretische Wissen, wie gehe ich mit den Zahlen um? Und das ist das praktische Wissen, wie organisiere ich die Leute, dass sie dann die Aufgabe um, also ausführen. Und dadurch machen wir dann letzten Endes eine Erhöhung der Produktion in beiden Fällen oder eine Senkung. Jetzt gucken wir mal. Wir haben natürlich jetzt auch noch Verwandte. Die müssen wir auch noch ganz, ganz kurz uns hier mal anschauen. Denn wenn ich jetzt hier auf das i klicke, das ist jetzt erstmal unser Hauptcharakter. Aber das heißt nicht, dass das nur wir sind. Wir sind alle diese Charaktere. Das Spiel ist anders als Crusader Kings. Wir spielen also jetzt nicht speziell den Isaya. Das ist einfach nur das Familienoberhaupt. Wir spielen die alle, die jetzt hier ausgewählt sind und können entscheiden, wie die miteinander umgehen. Dann gibt es Würfelwürfel, wenn die miteinander interagieren in Abhängigkeit ihrer Traits und in Abhängigkeit ihrer Attribute und natürlich dem Zufallsfaktor. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, also das ist jetzt unser Hauptcharakter mit seiner Ehefrau. Die haben, also wir haben jetzt hier zum Beispiel schon mal direkt zwei Freunde, also zwei andere Herrscher oder zumindest wichtige Charaktere, mit denen wir eine gute Beziehung haben. Und es gibt auch welche, die haben wir eine schlechte Beziehung. Das kann man zum Beispiel jetzt hier anwählen, um zu sehen, wie das aussieht. Das hier ist die persönliche Beziehung von Charakteren zueinander. Das ist jetzt hier der Wert. So sehr mag der Kolmanzio den Isaya. Das ist also der Wert. Er schätzt ihn sehr. Währenddessen aber eigentlich unsere Häuser keine besonders gute Beziehung zueinander haben. Das ist ja dieses Wappenschild. Da ist die Zahl und die Farbe zu sehen, dass die sich nicht so sehr grün sind im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die persönliche Beziehung zwischen den Charakteren ist sehr, sehr wichtig. Und beides beeinflusst sich auch gegenseitig. Also eine gute Hausbeziehung sorgt zum Beispiel meistens auch dafür, dass auch die persönliche Beziehung besser wird. Also das ist jetzt hier sozusagen eine gute persönliche Beziehung entgegen aller Widrigkeiten, wenn ihr so wollt. So, dann gehen wir nochmal zurück auf den Isaya, denn wir waren hier noch nicht ganz fertig. Er hat natürlich noch Familie, wie ihr sehen könnt. Also die Gebrüder oder auch Schwestern. In dem Fall haben wir keine Schwester. Können wir also sehen, mit wem wir alles verwandt sind. Wenn wir Kinder hätten, würde uns das hier auch angezeigt werden. Hier zum Beispiel können wir mal gucken, wie unsere anderen Geschwister so drauf sind. Genau, der hier zum Beispiel, der Baccio, der hat hier mit der Helle schon mal ein Kind im Alter von 15 Jahren. Die Ines. Nur damit wir das ja auch schon mal gesehen haben, wie das Ganze funktioniert. Und die haben natürlich auch wiederum manchmal Kontakte, Freunde, Feinde und natürlich auch Journaleinträge, also Dinge, die über sie nennenswert sind. So, und diese Charaktere, die können wir nun einsetzen in bestimmten Aufgaben. Und für uns wäre es jetzt natürlich wichtig, erstmal dafür zu sorgen, dass die Farmer hier besonders glücklich sind. Denn die sind eigentlich schon sehr, sehr produktiv. Mehr Produktivität wäre natürlich geil. Aber für uns ist es jetzt erstmal wichtig, jemanden zu haben, der mindestens eine 12, wenn nicht sogar besser wäre. Ja, der Baccio wäre jetzt hier vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich gucke mal gerade eben, ob ich da irgendjemand hätte, der richtig, richtig gut ist. Nee, also es ist tatsächlich der Baccio. Den Baccio ziehen wir jetzt also jetzt hier rein. Und jetzt sehen wir hier schon mal eine Vorschau, was jetzt hier passiert, bevor ich jetzt hier loslasse. Wir machen dadurch jetzt hier am Ende, wie ihr sehen könnt, ein verbessertes Stadtwachstum. Also achtet mal hier auf diese Werte hier unten. Weil alleine hier seine Diplomatie jetzt schon dafür sorgt, dass die Leute sich von ihm gut behandelt fühlen. Die sagen sich, ach das ist der Baccio, zum Glück ist der Baccio derjenige, der auf uns aufpasst, der ist immer gut zu uns. Und deswegen arbeiten die Leute lieber zu uns, das spricht sich rum und das führt dann letzten Endes dazu, dass die Leute nicht abwandern. Das war schon mal wichtig. Aber ihr seht auch, dass die anderen Werte sich verändert haben. Wir machen jetzt hier plötzlich wieder sehr viel mehr Nahrung, weil er halt auch einen enorm guten Wert im Militär hat. Der hat dann eine 16. Dieser Militärwert von 16 sorgt dafür, dass wir jetzt halt hier plus 30% Produktion haben. Interessanterweise hat er, obwohl er nur einen neuen in Wirtschaften hat, hier auch plus 10%. Das wundert mich ehrlich gesagt gerade eben. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Da hätte ich eigentlich eher einen Minuswert erwartet, weil alles unter 10 ist eigentlich eher ein schlechter Wert. Aber vielleicht soll es so sein, vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug. Und was wir hier übrigens auch noch sehen ist, also quasi die Art und Weise, wie sehr hier an irgendetwas gearbeitet wird. Ihr seht, das hat dann später auch noch Auswirkungen auf die Happiness, aber auch auf die Produktionsrate. Das können wir allerdings momentan noch nicht ändern. Das ist nicht möglich. Dafür muss ich wahrscheinlich erst ein bestimmtes Gebäude bauen, das uns das ermöglichen wird. Umgekehrt haben wir aber auch noch hier eine Bezahlung für unsere Arbeiter, denn niemand arbeitet natürlich einfach so. Die Leute wollen mindestens etwas zu essen haben. Und deswegen bekommt jeder Arbeiter, der jetzt hier zum Beispiel auf den Farmen arbeitet, 0,6 Nahrung pro Tag. Das ist das, was wir jetzt hier ausgeben. Das heißt also, die produzieren 5,3 pro Tag. Und das ist schon der Netto-Wert. Und das ist das, was sie letzten Endes jetzt hier auszugeben haben auf dieser Stelle. So, und das Zelle passiert aber auch woanders. Das passiert auch jetzt hier im Keep. Das sind also sozusagen die Leute, die für uns die Burgwache machen und die Zölle einfahren von Leuten, die in die Burg kommen und was ein- und ausführen. Da könnten wir auch einen Overseer reinmachen. Würde auch Sinn machen, wenn wir gute Leute darin haben. Die verdienen aber, wie ihr sehen könnt, schon mal ein bisschen mehr, generieren aber auch Geld. Dann hier bei unseren Weingärten haben wir natürlich Leute, die wiederum die Weintrauben anbauen. Dann haben wir hier Leute, die machen für uns die Werkzeuge. Hier die Leute, die sich um unser Vieh kümmern und ganz unten die, die sich um unsere Pferde kümmern. Und die wiederum, wie ihr seht, die werden tatsächlich mit Livestock bezahlt. Also die bekommen kein Essen, sondern die bekommen tatsächlich Vieh als Bezahlung an der Stelle. Allerdings keine Pferde. Jetzt gucken wir mal, habe ich noch irgendjemand, der einen besonders hohen Diplomatie-Wert hat? Der AI-Tor wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich mache mal den AI-Tor hier rein. Der hat jetzt auch dafür gesorgt, wie ihr seht, dass die Leute jetzt hier sehr, sehr happy sind. Und wir haben dadurch jetzt ein positives Wachstum erhalten. Das ist gut, das gefällt mir. Tatsächlich hat sich auch die Sicherheit hier erhöht, wie ihr gerade eben sehen könnt. Also die Sicherheit ist auch wichtig. Ob sich irgendwelche, ja, zwielichtigen Gestalten hier herumtreiben, die uns jetzt hier auf die Pelle rücken wollen. Das sorgt eher dafür, dass er jetzt zumindest bei unseren Pferden jetzt hier das wahrscheinlich, das wird es weniger wahrscheinlich erleben. So, die Adela wiederum, die ist auch relativ gut. Die packe ich jetzt mal, warte mal, was kann die eigentlich sonst noch? Oh, komm, die packe ich jetzt mal hier rein. Die soll das da oben jetzt hier machen. Dann machen wir sogar noch mal ein bisschen mehr Geld. Also die beaufsichtigt jetzt hier die Burgwachen an der Stelle. Und was kann der Darwin machen? Der Darwin ist auch nicht schlecht. Komm, der sorgt jetzt hier dafür bei den Arbeitern hier. Da hat sich jetzt, wie ihr sehen könnt, allerdings jetzt hier nichts verbessert. Die sind jetzt bloß besser gelaunt, wodurch wir vielleicht noch mehr Wachstum bekommen mit der Zeit. Ja, und jetzt haben wir halt noch die Helle. Die Helle ist leider nicht so die geilste. Aber sie ist, ja, vielleicht ist sie doch ganz, ganz gut hier. Also sie hat jetzt hier leider die Laune wiederum gesenkt, was jetzt echt ein bisschen kacke ist. Aber dafür ist sie halt sehr, sehr gut im Bereich Wirtschaften. Also ihr seht jetzt, wir machen dadurch jetzt hier 0,1 Livestock mehr. Wir könnten das natürlich aber auch umtauschen, dass sie das macht und sie das. Und dann haben wir nämlich ja auch immer noch eine 0. Aber ihr seht, es ist niemand unglücklich. Und wir machen dadurch jetzt halt hier auch 1,5 und hier 1,6. Also das hat sich jetzt schon ein bisschen gelohnt. Aber was machen wir selber eigentlich? Wir könnten natürlich auch einen solchen Job machen. Das ist gar kein Problem, indem wir jetzt einfach hier reingehen. Dann bekommen wir hier mehr Weintrauben. Aber, und das werden wir jetzt auch hier so lassen, weil das bringt uns natürlich was. Wir sollten natürlich auch Aufwartung machen bei anderen Herrschern. Wir müssen Handel treiben und irgendwann mal vielleicht sogar Kriege führen. Und dafür hat das Spiel, soweit ich das gesehen habe, ein interessantes Minispiel-Schlachtsystem. Also wie so ein eigenes Strategiespiel innerhalb des Spiels. Was ich zumindest jetzt am Anfang relativ nett fand. Das Erste, was ich glaube ich machen würde, ist jetzt hier zu unserer Gräfin zu gehen. Und ja, erstmal einen offiziellen Besuch abzustatten. Und da muss ich jetzt entscheiden, welchen Charakter schicken wir da hin. Ja gut, wir gehen natürlich höchstpersönlich hin und möchten jetzt hier mit unserer Lehnsherrin sprechen. Und ihr seht, die hat auch ein relativ gutes Verhältnis zu uns. Ähm, denn sie mag es, dass wir Ambitionen haben. Weil sie selber grausam ist. Sie hat also Spaß mit uns, weil sie grausam ist und wir Ambitionen haben. Wahrscheinlich wird sie unsere Ambitionen im Keime ersticken. Ähm, unsere Häuser haben auch eine relativ gute Beziehung zueinander. Gut. Also ihr seht auch hier, ne, diese Eigenschaften, die wir haben. Wie zum Beispiel Diligent. Die verbessern jetzt hier in diesem Fall unsere Werte. Ambitionen haben diese Werte auch verbessert. Also wir strengen uns besonders an. Aber wir sind auch wiederum skeptisch. Äh, was jetzt hier wiederum unseren Intrigenwert so weiter erhöht hat. Wir schicken uns jetzt hin. Und jetzt sehen wir etwa, dass das Spiel überhaupt auch mal Bewegung haben kann. Äh, und jetzt erleben wir das, wofür Crusader Kings 3 über zwei Jahre gebraucht hat. Und einen eigenen DLC, dass Charaktere sichtbar durch die Landschaft laufen. Das ist in diesem Spiel übrigens normal, dass die Charaktere durch die Gegend laufen. Das wird später ein richtiges Gewusel werden. So, jetzt haben wir hier unsere Verhandlungen. Wir sind also angekommen. So, also, es geht um folgendes. Also wir sind angekommen, also Isaya ist angekommen am Hofe von Sibylla. Und, äh, sie wollen wohl die Sicherheit des Landes und die Sicherheitsprotokolle besprechen. Wir wurden tatsächlich wärmend empfangen und haben relativ schnell angefangen mit den Diskussionen, um das Thema zu bearbeiten. Jetzt ist halt die Frage, wie soll unser Charakter Isaya jetzt hier das Gespräch führen? Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit erstmal zu gucken, was passiert hier eigentlich? Das hier ist jetzt ein sogenannter Peacemaker Tradition Point. Das ist das, was ich vorhin schon angemerkt habe. Wenn wir diese Entscheidung treffen und diese Entscheidung gelingt, dann generieren wir für unsere Traditionen acht Erfahrungspunkte, um diesen Bereich auszubauen. Umgekehrt können wir das natürlich auch jetzt hier mit kriegerischen Fähigkeiten machen und wir können das Ganze natürlich auch hier mit gelehrten Punkten machen. Welche Informationen oder welche Möglichkeiten uns hier zur Verfügung stehen, das hängt immer von den entsprechenden Events ab. Es gibt natürlich auch manchmal welche, wo wir dann als Idealist auftreten können und so weiter und so fort. So, wir können jetzt hier versuchen, gemeinsam die Grenzen zu befestigen. Wir können die Städte gemeinsam absichern, wenn wir das wollen. Oder wir können gemeinsam, also wir können unsere Kriminalitätsaufzeichnungen teilen. In allen Fällen, wie ihr sehen könnt, kommen jetzt hier unterschiedliche Werte zum Einsatz. Hier oben zum Beispiel wäre es jetzt hier ein Abgleich unserer Militärfähigkeit. Da haben wir eine 14. Ihre Militärfähigkeit, das ist eine 16. Dann gibt es manchmal noch geheighlightete Traits. Die werden dann so unterstrichen, wenn die da eine Rolle spielen. Und die können dann natürlich besonders positive oder besonders negative Effekte auslösen. Und da gibt es natürlich auch noch hier Schicksal, also einen Würfelwurf, ob dieser Vorschlag gelingt. Wir können jetzt aber auch einfach sagen, wir wollen das jetzt hier mit unserem Militärwert und unserem Diplomatiewert machen. Und das ist dann bei ihr dann dasselbe. Also, dass wir quasi unsere, die Sicherheit unserer Städte erhöhen. Oder wir teilen einfach diese Sachen. Das ist dann nur ein Abgleich der Diplomatiewerte. Ich glaube, ich mache das tatsächlich, die Sicherheit der Städte. Dann generieren wir tatsächlich Kriegerpunkte, auch wenn ich die eigentlich gar nicht so sehr will. Ne, ganz im Ernst. Ich versuche mit dem Peacemaker. Also, wir planen gemeinsam unsere Grenzen zu schützen. Mal gucken, ob es klappt. Es hat wohl geklappt, denn die Zahlen hier sind grüner geworden. Das heißt, die Charaktere schätzen sich jetzt ein klitzekleines bisschen mehr. Ja, Isaiah hat also die Führung der Konversation übernommen und entsprechend gute Argumente konstruiert, die wiederum Sibylla überzeugt haben. So, dann können wir das jetzt hier abschließen. Und jetzt gab es dadurch natürlich Werteänderungen, die wir uns jetzt hier auch ganz, ganz kurz mal anschauen können. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, dass hier die Meinung über die Familie sich verbessert hat an der Stelle. Opinion of Family, sechs Punkte. Das kam jetzt oben noch drauf. Also, die ist jetzt der Meinung, das sind gute Leute, die Mörpensteins. Und das gibt es noch einen zusätzlichen Bonus jetzt hier, der kürzliche Besuch. Der hält allerdings nur 33 Tage an. Gibt es nochmal einen weiteren Boost. Und diese Werte übertragen sich dann natürlich auch auf die persönliche Meinung, weil sie natürlich das Ganze jetzt hier ausgearbeitet hat. Aber das kann natürlich auch sein, dass diese Werte sich bei ihrer Familie auch dann noch auswirken. Im Übrigen, wo wir gerade eben uns das hier anschauen, ihr könnt euch natürlich auch die Gebiete der anderen einigermaßen anschauen. Und schauen zum Beispiel, was die jetzt hier produzieren, wie viele Arbeiter jetzt hier in wo was drin sind. Da kann man dann dadurch so ein bisschen abschätzen, ja was produzieren die denn so. Zum Beispiel macht sie jetzt hier relativ viele Werkzeuge. Da werden wir wahrscheinlich versuchen, gleich einen Deal zu machen, um selber an diese Werkzeuge heranzukommen. Ich habe übrigens kurz mal das UI verkleinert, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Fenster irgendwie aus irgendeinem Grund zu groß geraten waren. So, wir sind jetzt erstmal hier zurückgekehrt und wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen was produziert. Das Problem ist, wir werden damit nicht weit kommen. Also es wird ewig dauern, bis sich hier irgendetwas tut. Wir müssen also gucken, dass wir unsere Produktion irgendwie anderweitig nach oben kurbeln. Und deswegen werde ich jetzt hier nochmal eine Reise machen. Dieses Mal allerdings eine Handelsreise. Und da ist jetzt die Frage, welchen Charakter schicke ich denn da jetzt hin. Denn da ist jetzt natürlich sinnvoll, wenn wir einen Charakter schicken, der einen besonders hohen Handelswert hat. Und da haben wir hier zum Beispiel die Helle. Die Helle soll das jetzt hier für uns machen. Die ist zwar hässlich wie die Nacht, wie wir gerade eben sehen können. Aber dafür ist sie eloquent und wird wahrscheinlich jetzt hier diesen Deal durchbekommen. Wir bieten das an, was wir zu bieten haben, was sie nicht produzieren, Pferde. Pferde sind unfassbar, also wertvoll. Ich biete jetzt erstmal einfach nur 20 Pferde an und erbitte eine Lieferung von Metall. Das Problem an der ganzen Sache ist, das will sie momentan jetzt hier gerade eben noch gar nicht. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, sie davon zu überzeugen. Also ihr seht hier unten, das ist jetzt hier so die Anzahl der Lieferungen, die quasi hier getätigt werden. Manchmal mögen die Charaktere es nicht, wenn es zu lange dauert. Manchmal mögen sie es nicht, wenn es zu kurz ist. Dann müsst ihr halt auf die rechte Seite gehen. Dann gibt es halt mehrere Trips, wo das mehr oder weniger so wie so eine Wasserkette hin und her gekarrt wird in mehreren kleinen Einheiten. Sie möchte, so wie es aussieht, das gerade eben allerdings nicht so gerne machen. Was ist jetzt also das Ding? Ich reduziere jetzt einfach mal quasi das Angebot und dadurch wird das jetzt aus ihrer Sicht ein großzügiges Angebot. Also aus unserer Sicht großzügig, weil wir bieten einen Wert von 279. Sie bietet einen Wert von 224. Ich versuche das jetzt einfach mal hier durchzusetzen. Da macht sich jetzt hier die Helle auf den Weg. Und wir können einfach nur hoffen, dass sie das jetzt hier positiv über die Bühne bringt. Natürlich ist sie jetzt in der Zwischenzeit, das können wir uns gerade eben mal angucken, nicht mehr hier tätig. Wenn sie jetzt hier tätig gewesen wäre, ich glaube sie war hier in den Weingärten, nee sie war oben im Kiep tätig. Da ist sie jetzt natürlich jetzt fürs Erste nicht mehr. Aber das können wir jetzt zum Beispiel höchstpersönlich kurz mal übernehmen. solange sie gerade eben nicht da ist. Es kommen natürlich auch andere Charaktere zu uns manchmal. Das Spiel hat bloß gerade eben erst erst begonnen. So und jetzt, oh da ist jemand erwachsen geworden. Die Ines, unsere Nichte, ist gerade eben erwachsen geworden. Happy Birthday Ines heißt es jetzt an dieser Stelle. Sie ist gerade eben 16 geworden und nun offiziell erwachsen. Um diesen wichtigen Schritt in ihrem Leben zu markieren, wurde ihr Porträt erneuert an dieser Stelle. Okay, ja dann Happy Birthday. Das heißt also, wir haben jetzt einen neuen Charakter und die ist echt gut. Wow, die ist echt gut. Sekunde. Die wollen wir doch glatt mal hier einsetzen. Die Frage ist bloß, wo setze ich sie ein? Also ich habe hier richtig Lack, ey, ich sage es euch. Du bist hier bei den Farmern. Ne, ganz im Ernst, die Ines übernimmt jetzt die Farmer. Ganz im Ernst. Das ist, guck mal, jetzt machen wir hier sogar schon positiv. Und bei der Weingärtnerei, da packen wir jetzt den Bakko rein. So, weil das hat jetzt hier uns auf jeden Fall geholfen. Die Leute sind außer sich, außer Rand und Band, die jetzt hier arbeiten, weil die stellen fest, dass es sogar noch jemanden gibt, der netter ist als Bakko. Nämlich die Ines. So, wir sind jetzt hier angekommen. Und jetzt kommt es zu einer Verhandlung. Das ist ein zufälliges Element in diesem Spiel. Manchmal nehmen die den Handel direkt an, manchmal lehnen sie ihn direkt ab. Manchmal gibt es einfach hier quasi einen typischen Dialog. Und manchmal kommt es zu einem Duell. Also nicht einem Duell mit Waffen, aber einem, ja, Verhandlungsduell. Und der funktioniert ähnlich, wie man sich de facto die Kriegsführung vorstellen kann. Also mit einem Minispiel. Also, beide, Helle und Sibylla scheinen mit den Bedingungen des Deals einverstanden zu sein. Wir sehen allerdings selber eine Möglichkeit, eventuell mehr rauszukitzeln. Jetzt können wir, wie ihr sehen könnt, hier einen Idealisten machen. Wir bieten einen Rabatt an für bessere Beziehungen. Wir könnten aber auch einfach sagen, dass wir sie von uns überzeugen wollen, mehr zu bezahlen. Das wäre dann hier, wie ihr sehen könnt, ein Schemer-Trade. Also quasi ein Ränkespiel. Oder, das ist einfach nur ein guter Deal. Warum sollte man sich darüber irgendwelche Gedanken machen? Da würden wir jetzt hier also fünf generische Punkte bekommen. Hier, wenn wir mehr anbieten würden, dann würden wir acht Punkte. Und für das, was wir gerade eben machen wollen, Idealist trainieren und so weiter. Ich sage einfach mal, wir machen mal den Idealisten. Wir wollen ja mit unserem Lebensherrn uns gutstellen. Und das hat auch, so wie es aussieht, funktioniert. Sie muss jetzt tatsächlich weniger für diese 20 Pferde bezahlen. Also, wir bezahlen weiterhin die 20 Pferde. Und für sie sind es jetzt sogar noch weniger Werkzeuge. Das war's. Die Beziehungen haben sich jetzt zwischen den beiden noch weiter verbessert. In diesem Fall jetzt hauptsächlich zwischen den beiden. Und wir sind jetzt auch der Meinung, dass das Haus von denen hier ein gutes Haus ist. Das Verrückte in der ganzen Sache ist, wir sind eigentlich derjenige, der ihnen was angeboten hat. Aber egal. Ja, und ihr seht jetzt hier, dass wir dadurch jetzt hier auch kurzzeitig ein Minus an Pferden jetzt hier gerade eben generieren. Was schlicht und ergreifend einfach daran liegt, dass wir jetzt hier die Pferde gerade eben hier abgeholt haben. Die hat sie jetzt hier auch gerade eben dabei. Und liefert sie jetzt ab. Aber wir bekommen hier Besuch. Genau. Ein Handelsvorschlag ist jetzt bei uns eingegangen. Also, ihr seht, die KI macht das auch. Das hier ist der Niccolo Aginaldi. Der ist 41 und leider skeptisch fähig, Dinge zu tun. Aber was will der denn da? Der will, dass ich meine Werkzeuge verkaufe und gibt mir dafür, okay, jede Menge Eis, also Stahl. Das ist an und für sich ein sehr, sehr wertvolles Angebot. Gut, aber ich fühle mich ehrlich gesagt hier total übertölpelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, das werde ich komplett ablehnen. Sorry. Er wird es allerdings hassen. Achtet mal auf die Werte. Also, der fand das jetzt richtig scheiße. Aber ich fand das Angebot halt auch echt frech. Da kommt schon wieder jetzt hier jemand an. Und so geht das Spiel jetzt erstmal für eine gewisse Zeit lang. So je nachdem, welche Entscheidungen wir halt jetzt hier treffen. Wieder ein Handelsvorschlag. Oh, das hier ist jetzt wieder was anderes. Hier möchte jemand, dass ich eine ganze Menge Nahrung liefere. Und das über 400, also 1500 Nahrung über einen Zeitraum von 490 Tagen. Wir bekommen dafür 61 Luxusgüter und 535 Gold. Es sind halt aber auch immer noch sehr, sehr absurde Werte. Also, da muss glaube ich auch noch so ein bisschen die Entwicklerriege des Spiels zum Feintuning machen. Weil am Anfang des Spiels solche Werte zu verlangen, weiß ich jetzt letzten Endes nicht. Ist eine ziemlich teure Angelegenheit. Vor allem, weil ich diesen Deal halt hier immer noch auch nicht so wirklich gut finde. Und aus dem mögen wir das Haus tatsächlich nicht. Ich werde deswegen, glaube ich, ich könnte es noch nachverbessern. Ich werde das auch ablehnen, ganz im Ernst. Also, das ist einfach ein viel zu übertriebener Deal an der Stelle jetzt hier. Jetzt können wir bloß hoffen, dass das dadurch jetzt nicht irgendwelche krassen negativen Effekte für uns haben wird. Dass die am Ende uns Hardcore hassen. Wir haben wieder ein Trade Proposal. Sag mal, hier geht es aber Schlag auf Schlag. Das hatte ich bis jetzt bei meinen Playtests, aber noch nicht. So, das hier ist jetzt hier die Keita Borgello. Und die kommt an und möchte auch so einen wilden Deal hier vorschlagen. Sag mal, was habt ihr denn alle hier mit meiner Nahrung? Sag mal, sehe ich so aus... Also, gut, ich mache natürlich viel Nahrung, aber sehe ich so aus, als ob ich 1600 Nahrung auf der hohen Kante hätte? Ihr seht auch, das ist auch 33% greedy. Also, das gilt halt nicht mal als nett. Aber das geht wahrscheinlich auch einfach daran, dass sie uns nicht wirklich mögen und dass sie deswegen hier so einen harten Deal machen. Naja, ich lehne das natürlich auch ab. Und das war es an dieser Stelle jetzt hier für uns. Auch aus dieser Folge, meine lieben Freunde. Ich werde noch ein bisschen weiterspielen. Also, es kommen noch mal ein paar Folgen. Allerdings alle zwei Tage fürs Erste. Und dann können wir mal sehen, ob uns dieses Spiel hier gefällt. Ich bin selber sehr gespannt, wohin uns diese Reise jetzt hier bei den Great Houses of Calderia führen wird. Danke für eure Aufmerksamkeit. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr direkt zu Steam hin und euch das angucken, wenn euch das Spiel gefällt. Macht's gut. Tschüss und Ade.